Im ersten Video zu Oszilloskopen haben wir die Bedienung eines derartigen Messgeräts kennengelernt. In diesem zweiten Video geht es um Fehlerquellen und die Grenzen der Messgenauigkeit. Das verwendete Gerät ist ein Oszilloskop vom Typ DSO2090USB. DSO steht für Digital Storage Oszilloskop, es handelt sich also um ein digitales Speicheroszilloskop. Der Namenszusatz USB deutet darauf hin, dass das Gerät per USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden wird. Die Ausgabe der Messwerte erfolgt auf dem PC-Bildschirm mit Hilfe der Software OpenHantec 0.2.0 unter dem Betriebssystem OpenSUSE 11.4 mit Gnome Desktop. Das Oszilloskop besitzt auf der Vorderseite drei Messeingänge. Zwei davon sind für die beiden Messkanäle des Gerätes und der dritte Eingang kann für externe Trigger-Signale verwendet werden. Auf der Rückseite befindet sich die USB-Buchse und links davon ist die Masse des Gerätes an einen Pin herausgeführt. An dem rechten Pin kann ein Rechtecksignal mit 2V Spitzespitzespannung und einer Frequenz von 1kHz abgegriffen werden. Dieses Signal dient zur Kalibrierung von Messvorgängen, wie wir später noch sehen werden. Für die erste Messung verbinde ich diese Signalquelle mit Hilfe eines Messkopfes mit dem Eingang von Kanal Nummer 1. Der Massepin wird mit der Klemme des Tastkopfes verbunden und die Spitze wird an den Signalpin gehalten. Wie erwartet sehen wir auf dem Bildschirm die 1kHz Rechteckspannung. Wie perfekt passen aber Sol und Istwert zusammen. Der automatisch errechnete Messwert für die Frequenz des anliegenden Eingangssignals schwankt leicht um den Wert von 1kHz. Die Messabweichung des DSO-2090 liegt bei 3%, womit bei einer Frequenz von 1kHz der Messwert für die Periodendauer zwischen 1030 und 970 µs liegen kann. Daraus ergibt sich eine Frequenz zwischen 1031 und 971 Hz. Die von der Software errechnete Frequenz liegt in dem erwarteten Bereich. Gleiches gilt für die gemessene Spitze-Spitze-Spannung von 2V, die bei einer Abweichung von 3% im Bereich zwischen 2,06 und 1,94V liegen sollte. Auffällig sind die leicht abgerundeten Ecken am oberen Ende der aufsteigenden Flanken bzw. am unteren Ende der absteigenden Flanken. Hervorgerufen werden derartige Abweichungen von der Idealform durch unerwünschte Kapazitäten im Stromkreis. Die Kabel der Prüfspitzen bilden einen langgestreckten Kondensator und laut Datenblatt beträgt die Kapazität der Einheit aus Prüfspitze und Kabel 47 pF. Dazu kommt noch die Kapazität, die sich aus den Schaltkreisen des Oszilloskops ergibt und die bei 50 pF liegt. Vergrößern wir den Bereich an der aufsteigenden Flanke durch Verringern der Zeitbasis. Wenn ich jetzt die zweite Prüfspitze für den zweiten Messkanal ebenfalls an das Prüfsignal anschließe, schalte ich damit auch einen zweiten Kondensator parallel zum Eingang von Kanal 1. Wie zu erwarten, wird die Rundung weiter vergrößert. Noch deutlicher wird der Effekt, sobald ich einen Kondensator von 470nF zwischen Masse und Messsignal anschließe. Die Kapazität der Messvorrichtung sollte daher so klein wie möglich sein. Wie bereits im Film zu digitalen Multimetern erläutert, darf der Innenwiderstand eines Messgerätes nicht außer Acht gelassen werden. Ich schalte jetzt eine Kette aus drei 220kΩ Widerständen an das Messsignal des Oszilloskops an. Der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist ausreichend niedrig, sodass es zu keiner messbaren Absenkung der Spitze-Spitze-Spannung des Messsignals kommt. Messeingang Nummer 1 schalte ich nun parallel zu dem ersten Widerstand der Kette. Zu erwarten ist jetzt eine Spannung von einem Drittel der ursprünglichen Spannung, also 0,66V. Der tatsächlich gemessene Wert liegt jedoch bei nur 5,9 Divisions, was einem Wert von 0,59V entspricht. Unter Einbeziehung der Messabweichung von 3% sollte der Messwert im Bereich zwischen 0,68V und 0,64V liegen. Die Ursache für den niedrigeren Messwert liegt in dem Innenwiderstand des Oszilloskops, der einem Megaohm entspricht. Durch Anschließen der Prüfspitze verschiebt sich das Spannungsverhältnis in dem Widerstandsnetzwerk und an dem ersten Widerstand fällt somit nur noch eine Spannung von 0,58V ab. Unter Einbeziehung der Messabweichung sollte der Messwert im Bereich zwischen 0,60V und 0,56V liegen, was für die gemessenen 0,59V zutrifft. Sobald ich den zweiten Messkanal ebenfalls parallel zu dem Widerstand anschließe, fällt die Spitze-Spitze-Spannung weiter ab, da jetzt zwei 1Mohm Widerstände parallel zu dem zu messenden Widerstand geschaltet sind. Etwas merkwürdig wird's, sobald ich den zweiten Messkanal parallel zu dem mittleren Widerstand anschließe. Jetzt fällt der Messwert von Kanal Nummer 1 auf 0V. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass die beiden Messeingänge des DSO-2090 nicht völlig unabhängig voneinander sind, sie besitzen nämlich ein und denselben Masseanschluss. Durch das Anschließen des zweiten Messeingangs parallel zu dem mittleren Widerstand, wird der erste Widerstand, an dem Messeingang 1 angeschlossen ist, kurzgeschlossen. Der Masseanschluss des Oszilloskops muss also unbedingt an die Masse des Teststromkreises angeschlossen werden, da ansonsten Bauteile der Testschaltung zerstört werden können. Ebenso kann das Oszilloskop zerstört werden, wenn der Masseanschluss eines Messeingangs an Plus des Testschaltkreises angeschlossen wird. Bessere Oszilloskope sind elektronisch gegen derartige Kurzschlüsse abgesichert. Die hier verwendete Software bietet die Möglichkeit, den Spannungsverlauf am mittleren Widerstand errechnen zu lassen. Dazu wird die Masse des zweiten Messeingangs wieder mit dem Massepin des Oszilloskops verbunden. Mit Kanal Nummer 1 wird der Spannungsabfall an Widerstand 1 gemessen und mit Kanal 2 der gesamte Spannungsabfall an den Widerständen 1 und 2. Die errechnete Differenzspannung von Kanal 2 minus Kanal 1 kann als graue Linie eingeblendet werden. Ich schließe jetzt die Masseklemme von Prüfspitze Nummer 2 wieder zwischen Widerstand Nummer 1 und 2 an. Betrachten wir das Signal des kurzgeschlossenen Widerstands an Messeingang 1, so ist hier keine gerade Linie zu sehen, sondern ein, wenn auch recht dünnes Band. Selbst wenn die Prüfspitze direkt mit ihrem Masseanschluss kurzgeschlossen wird, ergibt sich keine Linie. Betrachten wir das Band etwas genauer, indem wir die Empfindlichkeit der Eingangsspannung erhöhen. Der 0V-Pegel wird durch Störspannungen in die Breite gezogen. Eine Quelle hierfür ist elektromagnetische Strahlung, die von nahezu allen elektrischen Geräten ausgesendet wird. Zwar besteht die Messleitung der Prüfspitze aus einem Koaxialkabel, womit diese Störstrahlung abgeschirmt wird, jedoch bildet das Massekabel zur Prüfspitze eine nicht abgeschirmte Leiterschleife. Hier werden Spannungen induziert, sobald wechselnde Magnetfelder durch diese Schleife hindurchtreten. Wenn ich mich dem Netzteil des Computergehäuses mit der Schleife nähere, steigt der Einfluss der Störstrahlung und das Band wird breiter. Mit Hilfe eines Metallgehäuses kann die elektromagnetische Strahlung, die auf die Leiterschleife der Prüfspitze einwirkt, vollständig abgeschirmt werden. Dennoch sehen wir immer noch keine Linie auf dem Computerschirm. Eine weitere Quelle für Störungen liegt in der Tatsache, dass die Versorgungsspannung des Oszilloskops, die über die USB-Schnittstelle erfolgt, keine perfekte Gleichspannung ist. Ich schließe Messeingang Nummer 1 an den Spannungspin eines weiteren USB-Kabels an und wie zu sehen ist die Versorgungsspannung des Oszilloskops keinesfalls ideal. Je stärker die Eingangsspannung durch Filterung geglättet wird, desto geringer wird der Einfluss dieser Störungen. Ein weiterer Grund, warum eine Linie bei einem digitalen Oszilloskop nicht als Linie dargestellt wird, liegt in der Auflösung des verbauten Analog-Digital-Bundlers. Beim DSO-2090 beträgt die Auflösung 8 Bit. Das bedeutet, dass in dem jeweils gewählten Anzeigebereich 256 Spannungswerte dargestellt werden können. Betrachten wir als nächste Messung die von einem regelbaren Transformator heruntergeregelte Haushaltsnetzspannung und wählen von der zu sehenden Sinusspannung einen nahezu linearen Bereich aus. Die Linie wird in Form kleiner Treppenstufen dargestellt. In dem gewählten Spannungsbereich von 5V Pro Division entsprechen 40V dem Höchstwert des Analog-Digital-Konverters von 255. Eine einzelne Treppenstufe entspricht dem Maximalwert geteilt durch 256, also rund 0,16V. Für eine höhere Auflösung der Linie wird ein Analog-Digital-Wandler mit einer höheren Bitbreite benötigt. Ein 10-Bit-Wandler kann zum Beispiel 1024 Abstufungen darstellen, womit eine Treppenstufe in dieser Einstellung nur 0,04V entsprechen würde. Eine weitere Auflösungsgrenze ist die Anzahl an möglichen Messungen pro Sekunde oder umgekehrt die Zeitdauer, die für einen einzelnen Messpunkt benötigt wird. Betrachten wir dazu die von einem Eigenbau-Funktionsgenerator erzeugten Rechteckimpulse von 260 Nanosekunden Dauer. Auffällig ist, dass der Rechteckimpuls nicht sonderlich stabil auf dem Bildschirm dargestellt wird, sondern ständig hin und her springt. Die Messung kann durch die Pausefunktion der Software eingefroren werden. Bei einer Einstellung von 40 Nanosekunden pro Division sind deutliche Zacken in der Messkurve zu erkennen. Die Ursache hierfür liegt darin, dass wir uns im Grenzbereich für die zeitliche Auflösung des Oszilloskops befinden. Für die Aufnahme eines einzelnen Messpunkts benötigt der Analog-Digitalwandler eine Zeitspanne von 10 Nanosekunden. Es findet also nur alle 10 Nanosekunden eine Messung statt, was in dieser Auflösung mehr als 0,2 Divisions entspricht und somit deutlich zu erkennen ist. Gehen wir auf eine Zeitbasis von 10 Nanosekunden pro Division, entspricht einer Division einem Messpunkt und die dargestellte Kurve entspricht mehr einer Zackenlinie. Wir befinden uns softwaretechnisch weit unterhalb der physikalischen Möglichkeiten des DSO-2090, womit eine Zeitbasis unterhalb von 100 Nanosekunden pro Division für Messungen mit diesem Oszilloskop keinen Sinn macht. 10 Nanosekunden pro Messwert bedeutet im Umkehrschluss, dass 100 Millionen Messungen in der Sekunde durchgeführt werden. Man spricht von einer Abtastrate von 100 Megasamples pro Sekunde. Das sinusförmige Signal eines Schwingquarzes mit einer Frequenz von 8 MHz, das hier zu sehen ist, wird somit lediglich durch 12 Messpunkte pro Schwingung erfasst und erscheint dadurch deutlich verzerrt. Um hier von vermessen sprechen zu können, wird eine deutlich höhere Abtastrate benötigt. Es gelingt gerade noch so, diese Schwingung als Sinuswelle zu identifizieren. Je höher die Abtastrate, umso mehr Daten fallen pro Sekunde an. Bei einer Abtastrate von 100 Megasamples pro Sekunde und einer Auflösung von 8 Bit wird 1 Byte pro Sample benötigt und es fallen 100 Megabytes pro Sekunde an Daten an. Da das Oszilloskop über eine USB 2.0 Schnittstelle mit dem PC verbunden ist, können maximal 24 Megabytes pro Sekunde übermittelt werden, womit zwangsläufig einige Daten verworfen werden müssen. Das DSO2090 verfügt über einen internen Speicher, der 64000 Samples zwischenspeichern kann. Werden beide Kanäle verwendet, stehen nur 32000 Samples pro Kanal zur Verfügung. Dass einige Samples verworfen werden, ist zu sehen, wenn wir zwei Schwingungen mit leicht unterschiedlicher Frequenz betrachten. Das Signal auf Kanal 1, das auch die Triggerung auslöst, besitzt eine Frequenz von ca. 71 Hz und das auf Kanal 2 von 62 Hz. Zu erwarten wäre, dass sich die Sinuskurve von Kanal 2 langsam in Bezug auf die Kurve von Kanal 1 bewegt. Wie zu sehen, springt die gelbe Kurve auf dem Bildschirm jedoch hin und her. Je höher die Datenübertragung zwischen PC und Oszilloskop, umso glatter erscheint die Darstellung. Werfen wir nun noch einen Blick auf die maximale und minimale Eingangsspannung. Zunächst schließe ich die Masseleitung der Prüfspitze erneut kurz und schalte auf die höchste Empfindlichkeit der Eingangsspannung, die bei 10mV Pro Division liegt. Über die minimale Spannungsdifferenz, welche das DSO-2090 gerade noch auflösen kann, gibt das Datenblatt keine Auskunft, jedoch ist bei dieser Einstellung zu sehen, dass diese wohl bei vier Werten pro Punkt liegt. Ein Viertelpunkt entspricht 0,05 Divisions, also liegt die Grenze bei 0,05 mal 10mV gleich 0,5mV. Die maximale Eingangsspannung darf 35V nicht überschreiten. Müssen dennoch höhere Spannungen gemessen werden, kann dies mit Hilfe von Tyler-Tastköpfen gemacht werden. Wird der kleine Schalter von der Stellung 1 auf die Stellung 10 geschoben, so gibt der Tastkopf nur noch ein Zehntel der an der Prüfspitze anliegenden Spannung an den Messangang des Oszilloskops weiter. Der Anzeigewert am PC-Bildschirm muss mit 10 multipliziert werden, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Die maximal zu vermessende Eingangsspannung steigt nun auf 350V. Aber Achtung! Derart hohe Spannungen sind lebensgefährlich und wenn ihr vergesst, den Schalter vor der Messung auf den Faktor 10 zu stellen, zerstört ihr das Oszilloskop. Zu beachten ist, dass sich durch Umlegen des Schalters auch die elektrischen Eigenschaften ändern. Der Innenwiderstand steigt bei diesem Tastkopf von 1 auf 10 Megaohm und die Kapazität sinkt von 47 auf 15,5 pF. Ein verstellbarer Kondensator erlaubt die Kompensation von Fehlern, die durch den Spannungsteiler verursacht werden, sobald der Schalter auf 10-fach gestellt wird. Während die Prüfspitze mit dem Testsignal des Oszilloskops verbunden ist, kann der Kondensator verstellt werden, bis das Signal korrekt dargestellt wird. Soweit der Film über Messfehler beim Umgang mit Oszilloskopen. Danke fürs Gucke und bis bald!